Man merkt gerade, wie sich so richtig der Sturm wieder zusammenzieht. Es ist so eklig draußen. Es ist auf einmal auch so kalt geworden. Auf jeden Fall habe ich jetzt Schluss, also 16 Uhr Freitag, Wochenendstimmung. Naja, bei dem Wetter ist es jetzt nicht so mit Wochenendstimmung. Aber ich bin froh, dass ich den Reitunterricht abgesagt habe für gestern und heute. Bei dem Sturm ist das nicht so verantwortungsvoll. Das birgt doch viele Risiken. Die Ponys sind viel schreckhafter und bei dem Wetter will auch keiner raus, wenn das nicht wirklich muss. Ich fahre natürlich jetzt trotzdem zum Ponys und versorge sie für das See und so. Und hoffe, dass ich da gut ankomme, weil das echt richtig eklig draußen ist und so böig. Ja. 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 Das Pony muss hier bleiben. Und die beiden Pony dürfen raus. Schnell! Das ist schon für morgen. So, guten Appetit! Wie ihr seht, hab ich schon ein paar Sachen gestern gekauft. Ich möchte nämlich einen Raum in meinem Haus umgestalten. Der soll eine schöne Leseecke hin und der soll ein bisschen persönlicher werden, weil er gerade sehr leer ist. Und dafür geht es auch gleich einkaufen. Weil ich brauche natürlich noch einen Sessel und eine Leselampe und mal sehen, was ich sonst noch so finde. Schnell! Hier! Hier! Krieg rein! Mike hier! Krieg rein! Vorsicht! Freilich! Lass rein! Lass, Lass! Lass, Lass! Lass, Lass, Lass! Mike! Nicht direkt nehmen! Holste! Bobby hier! Bob, komm hier! Komm rein! Bobby hier! Lass geht! Lass, 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 Lass! Hier ist gefühlt heute großer Umzugstag. Ich habe ganz, ganz, ganz viele Sachen gekauft für die Wohnstube. hatte ich glaube ich gestern schon gesagt. Da hatte ich auch schon Zeug dafür gekauft. Und jetzt noch einen großen Sessel. Gleich den Weg genutzt, Pferdefutter geholt und Luzerne und ganz viele Dekosachen und ein bisschen Pflanzen. Und ja, jetzt fahre ich erstmal mit dem Bus hier runter zu mir und pack ein paar Sachen aus. Und dann gibt es Mittag. Ja, und ich zeige euch natürlich, wie das aussieht, wenn es fertig ist und wie es aussah, bevor ich angefangen habe. So, hier sind ja schon ein paar Sachen, die ich gestern gekauft habe. Und jetzt werde ich noch das Auto ausräumen. Und die Ecke, die ich meine, oder das Zimmer, was ich meine, ist dieses hier. Da soll die Leseecke rein. Und dieser Schrank soll da rüber, der Schrank soll weg. Der ist nämlich eh all. Das Bett kommt dann hier hin. Dann guckt man da nicht mehr so rauf. Und dieses Sitz-Tisch-Gedöns soll dann da vor das Fenster. Und ja, hier ist ja mein Sofa. Es steht alles ein bisschen durcheinander gerade. Aber das ist der Plan, weil das hier zu leer ist. Vielleicht sind wir gerade ein kleines bisschen überbesetzt. Aber hinten ist noch voll. Und wir fahren jetzt in den Wald spazieren gehen. Und vielleicht holen wir ein paar Pizza. Sitz-Tisch-Tisch-Tisch-Tisch-Tisch-Tisch-Tisch-Tisch-Tisch-Tisch-Tisch-Tisch-Tisch-Tisch-Tisch-Tisch-Tisch-Tisch-Tisch-Tisch-Tisch-Tisch-Tisch-Tisch-Tisch-Tisch-Tisch-Tisch-Tisch-Tisch-Tisch-Tisch-Tisch-Tisch-Tisch-Tisch-Tisch-Tisch-Tisch-Tisch-Tisch-Tisch-Tisch-Tisch-Tisch-Tisch-Tisch-Tisch-Tisch-Tisch-Tisch-Tisch-Tisch-Tisch-Tisch-Tisch-Tisch-Tisch-Tisch-Tisch-Tisch-Tisch-Tisch-Tisch-Tisch-Tisch-Tisch-Tisch-Tisch-Tisch-Tisch-Tisch-Tisch Ich muss den Bobby nachher ein bisschen müde machen. Das ist die ganze Zeit so brav geliebt. Komm, 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 komm! Liebe! Sitz! Annen! ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Es ist jetzt sehr, sehr, sehr spät am Abend schon und ich bin fertig mit dem Umräumen, Umgestalten von der Wohnstube. Ich habe mir heute den ganzen Samstag dafür Zeit genommen und bin mega happy mit dem Ergebnis und das zeige ich euch jetzt. Okay, man kommt ja vom Flur in die Wohnstube und die ist jetzt einfach super, super groß. So, hast du es jetzt? So sieht die jetzt aus und ich bin richtig happy. Ich habe heute, wie gesagt, den ganzen Tag daran gearbeitet. Wie ich vorher geplant hatte, sollte in die Ecke, wo nur der Wäschekorb dort stand, halten Sessel zum Lesen. Und ich wollte da so eine schöne Ecke haben. Dieses Holzregal stand ja vorher hier. Und da war dieses richtig hässlich olle Holzregal, also so ein riesig großes Pressspan-Ding. Das wollte ich unbedingt raus haben. Da in der Ecke stand das Bett. Das habe ich jetzt komplett neu bezogen und neue Bezüge gekauft und alles. Und dann wird es ein bisschen Stauraum, weil ich natürlich diesen riesen Schrank ausräumen musste, wo lauter Zeug drin war. Jetzt habe ich hier so meine Sportecke. Hier ist mein Fahrrad. Das will ich ja auch im Winter mehr benutzen. Und ich habe hier so einen Handyhalter, da kann ich dann nebenbei einfach irgendeine Netflix-Serie schauen, während ich fahre. Ja, und Highlight mit so sind diese beiden Lichterketten. Boah, Light Overload. Ich finde, das macht das alles echt richtig, richtig gemütlich. Ich überlege noch, ob ich diesen Tisch hier hinstelle, vor das Fenster, weil man da mal so ein bisschen reinfällt. Aber das mache ich dann Schritt für Schritt. Ich will halt auch nicht irgendwie mir das hier zu eng hinstellen, aber Platz wäre eigentlich, weil der Raum ist einfach... Moment, der ist einfach riesig. Das ist der größte Raum im Haus und ja, ich bin richtig, richtig happy. Und nicht nur der Key, sondern auch ich bin jetzt richtig müde vom Ganzen umbauen. Und ja, heute Vormittag waren wir halt shoppen, haben die ganzen Sachen gekauft. Jetzt habe ich hier meine Bücher ordentlich drin. Ähm, ein bisschen Deko-Zeug. Der Sessel war auch so eine gute Entscheidung. Also es gab da gar nicht so viel in dem Möbelhaus, in dem ich war. Aber ich habe den gesehen und der hat sogar so eine Massagefunktion und kann sich aufheizen. Also das ist im Winter richtig cool. Dann habe ich diese coole Lampe hier gefunden. Jetzt ist es wahrscheinlich nicht einfach wirklich zu hell hier. Ich muss ja nicht Festtagsbeleuchtung hier anmachen, alles auf einmal. Es wird ja völlig ausreichen. Wenn ich zum Lesen die habe, die Monstera von da ist umgezogen. Okay, das war jetzt ein kleines bisschen dunkel. Aber ich brauche halt auch gar nicht so viel Licht, wenn ich nur lesen möchte. Also der Sessel ist wirklich richtig cool. Dann hatte meine Mama die coole Idee mit den Vorhängen. Die machen so ein Fenster viel, viel schöner. Viel gemütlicher. Es ist nicht einfach jetzt nur ein Fenster, sondern es so ein cooles. Hier habe ich die jetzt auch. Da geht es ja raus zum Wintergarten. Hier stehe ich. Ja, also. Ich liebe es. Und sie hatte auch voll die gute Idee, dass die Kästen, die jetzt im Holzregal vorher standen, einfach auf dieses Brett können. Und wie cool ist es, dass das hier mit den Plakaten passt. Ja, richtig, richtig cool. Jetzt habe ich auch ein Gästebett. Und bin einfach super happy, wie das geworden ist und wie sich das ausgezahlt hat hier. Heute ist grandioses Wetter. Richtig, richtig schön. Ich sollte mal langsam meine Blumenkästen wieder hinstellen. Die sind nämlich hier, ist alles mit dem Sturm umgekippt. Hier drin sieht es aus wie ein Zeltlager. Ich habe hier ganz schön viel Wäsche gewaschen und die trocknet hier. Und immer noch, ich bin so froh, dass es kein Traum war. Das ist ja die schlimmste Vorstellung, wenn man richtig viel ackert und dann geht man schlafen und denkt am nächsten Tag, das habe ich nur geträumt. Aber nein, es ist hier auch Zeltlagerstimmung, aber es ist alles noch so schön, wie ich das gestern hier eingerichtet habe. Da haben mir meine Mom und mein Dad auch so beim Umbauen geholfen, den alten Schrank abbauen und so. Ja, ich bin richtig, richtig happy, richtig glücklich. Jetzt muss ich nur noch mich auch wirklich hinsetzen und lesen, ja. Also, dass ich das schaffe, mir dafür genau Zeit einzuplanen. Aber ich habe den Reitunterricht jetzt umgeplant und habe dann nur noch vier Tage die Woche zusätzlich Arbeit damit. Anstatt sechs Tage die Woche, wie es ursprünglich war, weil ich habe ja auch noch eine 40-Stunden-Woche und jeden Tag einen Fahrtweg von zwei Stunden und dann hängt man noch zwei, drei Stunden Reitunterricht hinten dran und dann ist man irgendwann tot, sich totgearbeitet. Das ist auch nicht gut und meine Gesundheit ist sehr schlecht gerade, deswegen muss ich da ein bisschen was verändern. Und ich glaube, Zeit für sich selbst zu nehmen und ein bisschen runter zu kommen, ist sehr, sehr wichtig. Und schaut euch mal diesen schönen Vorhang an und den Ausblick, jetzt sehe ich immer Flocke hier und das Grün vom Garten. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.